hallo und herzlich willkommen zu diesem Video heute hier Mad Max Teil 2 oder Mad Max 2 der Vollstrecker wie er heißt ich habe euch letztens schon Mad Max 1 vorgestellt jetzt wieder alle Filme reviewen wie gesagt alles zu Mad Max unten findet ihr eine Playlist wo ihr wie gesagt alle Reviews und so weiter alles was ich zu Mad Max ja gemacht habe finden könnt ja Mad Max 2 der Vollstrecker kam ja gleich 1981 in die Kinos wie gesagt Teil 1 war von 1979 also ja sehr schnell hinterher geschoben George Miller hatte hier natürlich ein größeres Budget zur Verfügung was man hier auch auf jeden Fall sieht man kann es gleich vorweg sagen er ist eigentlich in allen Belangen besser wie Teil 1 das hat man ja selten ja dass der zweite besser ist aber hier wirklich man merkt George Miller ist ja erfahrener geworden wie gesagt mehr Budget zur Verfügung gehabt aber worum geht es denn überhaupt in Mad Max 2 Mad Max 2 ja es ist wie soll ich sagen es sind keine es sind eigentlich sehr eigenständige Filme die Mad Max Filme man muss es ist jetzt keine fortgeführte Geschichte so wirklich man kann die auch separat gucken ob ohne dass man jetzt den ersten gesehen hat oder es wäre jetzt nicht schlimm wenn man den ersten Mad Max nicht gesehen hat obwohl wir hier leichte Anleihen haben man merkt halt ja es ist eine Fortsetzung wir sehen es zum Beispiel wie gesagt die Verletzung die aus dem ersten Teil hatte die sieht man jetzt auch noch im zweiten Teil wie gesagt diese Schiene die er vor dem Knie hatte und so weiter so ein paar Kleinigkeiten ja wie gesagt aber wir sind jetzt hier schon viel weiter die Menschheit hat sich eigentlich fast dahin gerafft wir sind jetzt hier schon in diesen Endzeit Szenario was wir noch nicht direkt in dem ersten Teil hatten das haben wir jetzt hier ja Mad Max ist halt einfach mit seinen Interceptor unterwegs es geht ja los der die Spritreserven sind ja gibt es kaum noch auf der Erde und also Öl Reserven und ja alle ja sind da ja wollen halt Sprit haben ja er findet halt eine so eine so eine kleine wie soll ich sagen kleine Gemeinschaft die da Öl fördern und sich sich ja ja abge ja abgeschottet haben und halt von ja so eine Biker Gang oder so könnte man sagen nicht nur Biker also so eine so eine ja ja sagen wir mal eine Gang halt die einfach versuchen halt dort reinzukommen um halt an Sprit ranzukommen und einfach alle töten wollen das ist einfach so mal die Geschichte kurz sagen fast wie gesagt die Mad Max Filme muss man ganz ehrlich sagen die sind halt nicht bekannt für eine gute Story das ist einfach mal Fakt sie sind eigentlich dafür bekannt dass sie einfach sehr geile Action haben Film also sehr cool Action in Szene setzen können und das ist auch wieder hier das große Aushängeschild des Films ja wir haben hier einen gereiften Mel Gibson also ein bisschen gereiften Mad Max der hier wirklich ein bisschen ja ja rauer ist der hier ja eigentlich nur seine Ziele verfolgt groß natürlich nachher auch ein bisschen weicher wird in im Laufe der Geschichte aber an sich wie gesagt ist hier die Geschichte wieder ein bisschen nebensächlich man versucht hier auch so ein bisschen ein bisschen ein paar komische also Komik mit rein zu bringen was nicht so ganz funktioniert aber wir haben hier wieder sehr geile Action Szenen coole Autos umgebaute modifizierte coole Verfolgungsjagden mit Autos wir haben wieder coole Ideen mit Feuer mit Bogen was da geschossen wird alles sehr sehr geile Sachen coole echte Explosion hier eine coole Verfolgungsjagd mit einem Tanklaster nachher im Finale also schon sehr sehr geile Action die sehr sehr gut aussieht muss man einfach mal sagen wieder eine extreme also sehr hohe Brutalität in diesem Film die ist auch wieder vorhanden auf jeden Fall ja was soll man noch zu sagen dieser Film wie gesagt macht vieles besser wie der erste Teil ist halt diese Fortsetzung größer besser mehr was hier auch zutrifft muss man einfach sagen Kamera Arbeit super die Musik passt perfekt Mel Gibson ist super ja funktioniert einfach der Film kriegt von mir eine 4 von 5 auf jeden Fall ist ein sehr sehr geiler Action Film auch heute noch unterhält er sehr sehr gut muss man einfach sagen obwohl er schon sehr sehr alt ist wirkt das halt wie gesagt immer noch ja weil halt es einfach practical effects sind da ist keine CGI bei und das ist ja bei diesen späteren Filmen nachher gerade aus den 90ern Anfang der 2000er so dass daher wirklich einfach die CGI noch so dermaßen schlecht wäre wenn man sich jetzt diese Filme anguckt man einfach nur das wirken kriegt teilweise und das ist bei diesen älteren Filmen die dann noch wieder ein Stück älter sind einfach ja weil sie haben diese practical effects die sehen einfach geil aus Feuer sieht wie Feuer aus nicht wie man es in den heutigen Filmen so hat wo einfach das Feuer scheiße aussieht die Explosion scheiße aussehen das haben wir hier alles nicht hier sieht das alles richtig geil aus ja ich schwärme schon einfach wieder für diesen Film war einfach wieder geil es ist einfach ein richtig geiler Action Film und es ist ein Film der sich auch Action Film nennen kann so jetzt bin ich aber fertig hier ja geiler Film freue mich jetzt auch darauf den dritten zu sehen wo es denn auch demnächst das Volk zu geben wird in diesem Sinne schreibt in die Kommentare wie ihr den Film findet soll es auch wieder an dieser Stelle gewesen sein vielen Dank fürs Zuschauen und wir sind beim nächsten Video bis dann ciao